Das KNX Standalone Panel, KNX IQ, ist der kostengünstige Einstieg in die Welt der Gebäudevisualisierung. Über den individualisierbaren Launcher können Applikationen einfach aufgerufen werden. Divus Vision überzeugt durch seine Einfachheit. Durch Klick oder Swipen kommt man in die verschiedenen Räume, wo alle Funktionen des Raumes zur Schnellbedienung aufgelistet sind. Für weitere Konfigurationsmöglichkeiten wie Zeituhren, Favoriten oder Szenarien kann man zum Beispiel Licht über deinen Touch aufrufen. Individuell einstellbar ist die Farbe der Oberfläche und die Bilder der Räume. Funktionen, die über Divus Vision gesteuert werden können, sind Lichter, Dimmer, Beschattung, Heizung, Kühlung, Musik, Szenarien, Zeitschaltuhren und vieles mehr. Das Gebäude kann auch einfach über Smart Devices gesteuert werden. Über den Homebutton gelangt man zurück zum Launcher. Über diesen sind die weiteren Applikationen wie Videophone und IP Cam Viewer wählbar. KNX IQ findet Anwendungen in Wohn- und Bürogebäuden, Meeting Rooms, Restaurants, Spas, Arztpraxen, Schulen, Museen, Kirchen und vielem mehr. Das Panel kann in die unterschiedlichsten Montageboxen verbaut werden und ist somit vielseitig einsetzbar. Es verfügt über Lautsprecher, Mikrofon, Display, Helligkeits- und Näherungssensor. Divus KNX IQ brings Smartness in your building. Existert werdenいただke, Mikrofon und sch coastal으면, was Timeؤ 13ianer- und Tatsy redelijk unterwegs sein soll. Pf�, Pf�, Pfae, Pfäller, gehum, U defic película ...